Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Workshop. Wir warten jetzt einfach noch ein bisschen so en passant auf Nachzügler, weil wir einen Ortswechsel hatten. Und wenn Sie jetzt schon Sorge haben, dass wir jetzt auch wieder in Reihenbestuhlung hier sitzen, das wird sich den Tag über auflösen. Also wir wollen ganz bewusst natürlich nicht jetzt hier den ganzen Tag von vorne frontal auf Sie einreden, sondern wir wollen das ganz bewusst interaktiv gestalten. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben ein Überraschungsmenü vorbereitet. Wir wussten auch erst seit gestern, wer eigentlich bei uns im Workshop ist. Also wir hatten keine Teilnehmerliste. Wir haben uns aber vorbereitet auf das Thema Lernkultur und in der Vorbereitung hat dann erstmal der akademische Reflex eingesetzt. Wir müssen alles jetzt systematisch und geordnet und der Reihe nach Ihnen vortragen. Der hat uns dann Gott sei Dank wieder verlassen, dieser Reflex. Und wir werden es sehr beispielhaft, fragmentarisch, wie wir das nennen, uns der ganzen Sache nähern und uns dem widmen und Sie dann mit einbeziehen. Das heißt, ein Workshop ist ja, da wird gearbeitet. Die Ideen wollen wir hier auch umsetzen. Das heißt, wir wollen jetzt gerne zum Anfang so ein bisschen ein Warmwerden machen. Ja, vielleicht. Das Produkt des akademischen Reflexes geht Ihnen nicht verloren, das ist bei uns auf der Website abgelegt. Genau. Zwei Papers und zwei Slideshows. Genau. Die wir Ihnen vielleicht alle vier ersparen. Ja. Wir sagen nachher nochmal, wo Sie die Sachen finden. Wir sind ja sehr auf Multiplikation ausgelegt. Das heißt, wir wollen hier Beispiele, Kostproben geben, aber Sie finden ganz viel auf unserer Website. Das werden wir uns den Tag über heute nochmal angucken. Ich will uns nochmal kurz vorstellen, den Bernd Schmidt, den kennen wahrscheinlich die meisten. Ich bin der Thorsten Veith, der Geschäftsführer des ISB und wir haben uns gut vorbereitet. Und wir wollen aber auch ein bisschen gucken, was sind Ihre Interessen und was sind sozusagen Ihre Leidenschaften an dem Thema Lernkultur und Lernen in Organisationen. Warum habe ich das Mikro in der Hand? Weil wir gerne eine Videoaufnahme machen wollen. Das ist jetzt nicht zur Verstärkung, sondern das ist einfach, damit der Ton gut aufgenommen wird. Und auch dieses Video würden wir dann Ihnen und auch anderen, die dann an dem Thema interessiert sind, auf unserer Website zur Verfügung stellen. Vielleicht waren Sie schon mal auf unserer Website, da gibt es ganz viel Audio, Video, Schriftmaterial. Und da wird das dann ein weiteres Themenfeature oder ein Themenspecial sein. Unser Medienteam ist deswegen da. Aber wenn Sie da nichts dagegen haben, würden wir das gerne so machen. Wenn Sie sagen, da ist irgendein Beitrag von Ihnen dabei, den Sie nicht veröffentlicht haben wollen, dann sagen Sie uns das gerne. Dann schneiden wir das entsprechend raus. Wie ist da die Stimmung in der Hinsicht? Passt? Okay. Doch besser ist natürlich, dass wenn Sie etwas, was Sie nicht veröffentlicht haben wollen, gar nicht sagen. Das ist für alle einfacher. Noch eine organisatorische Sache oder eine Rahmungssache. Wir würden hier gerne auf das Du umsteigen. Vielleicht waren Sie da gestern auch schon in den anderen Workshops so unterwegs. Bei uns ist das wie auf dem Schiff. Man geht an Bord, man duzt sich. Danach darf man sich auch das Sie wieder anbieten, wenn es angemessen ist. Aber so ist es für die Arbeitstatmosphäre und für die Lernkultur aus unserer Erfahrung ein ganz guter Rahmen. Wir haben immer so in anderthalb Stunden Slots gedacht. Also wenn wir sieben Stunden haben, eine Stunde Mittagspause, eine Dreiviertelstunde abziehen, dann haben wir immer so einen Rhythmus von anderthalb Stunden, sodass wir auch dann gerne, also wir machen sowieso informelles, mit in die Untergruppenübungen reflektieren und aneinander andocken, aber dass auch dann eine Pause mal da ist, um sich kurz frisch zu machen. Wie wollen wir anfangen? Wir haben uns gedacht, irgendwie müssen wir ja warm werden und irgendwie müssen wir mit dem Thema in Berührung kommen. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir würden gerne in so einer kleinen Interviewsession hier einsteigen. Also ich würde den Bernd interviewen und wir steigen so ein bisschen ins Thema ein. Und wir werden dann aber im Verlauf des Themas sehr schnell nicht nur konzeptionell, sondern beispielhaft werden. Und das machen wir so vielleicht eine halbe Stunde, würde ich mal denken. Und dann gehen wir auch direkt in die Reflexion Ihrer Punkte. Das heißt, wir lösen dann das Plenum auf. Hallo, herzlich willkommen. Come in. Ja, ja, klar. Gerne. Wir können gerade anhand des Beispiels dann andocken an die Themen, die bei Ihnen ausgelöst wurden, wie Sie es mit Ihrer Praxis verbinden. Dann machen wir vielleicht eine Pause und dann holen wir das auch nochmal zusammen. Und so wird sich, das ist vielleicht, das ist gut, danke. Mit einer angehängten Session, dass wir da den Vormittag gestalten, dann machen wir Mittagspause. Und im Nachmittag haben wir dann eigentlich noch mehr Interaktion oder Bearbeiten Ihrer Themen, auch im Sinne einer Lernkultur vorbereitet. Das sind dann sogenannte Designübungen, Beratungsübungen, wo Sie auch in Geschmack kriegen, wie wir am ESB diese Art von Lernkultur etablieren und wie wir sie auch multiplizierbar machen für die Organisationen. Also deswegen ist es jetzt heute für uns nochmal wichtig, wir wollen Ihnen Beispiele geben, wie wir auch am ESB arbeiten. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel vom ESB erzählen, aber ich glaube, es wird schon nochmal deutlich, wie wir auch unsere Lernkultur gestalten und was davon unsere Teilnehmer mit in ihre Organisationen nehmen. Das heißt, wir erzählen gern vom ESB, wie wir es da machen und docken dann aber an Ihre Organisationshintergründe an und Sie dürfen sich fragen, was Sie davon mitnehmen wollen und können, so in dem Stil. Also wir können gerade am Nachmittag auch nochmal ein bisschen was zu dem sagen, was wir insgesamt machen. Wir haben auch da hinten auf dem Tisch ein paar Sachen mitgebracht, falls Sie das interessiert. Das kleine Büchlein ist unsere Festschrift zum 30-jährigen Jubiläum 2014. Da ist auch nochmal so, glaube ich, einiges drin von der Art und Weise, wie wir uns leben, genau. In dem wir arbeiten, ist da gut, weil wir sind. Also wie Leben und Wirtschaften und Menschorientierung und Leistungsorientierung verbunden ist und wie wir da auch in unseren Curricula für eintreten. Also nehmen Sie sich gerne was mit, wenn Sie da noch mehr ein Geschmäckle kriegen wollen, wie man das bei uns hier sagt. Ist es so passend vom Rahmen? Ja? Gut. Da kommt noch jemand. Herzlich Willkommen. Vorne bitte. Aber es ist ja nicht im Kabarett, dass die vorne mitmachen müssen. Ja. Gut, dann steigen wir ein in diese Art von... Ist es gut oder... Ich stelle mich auch viel. Ist besser, gell? Besser? Gut, dann stehen wir. Ach gut. Ja, stehen wir. Achso, wir haben noch damit ein Problem gemacht. Kannst du das ausschalten? Ja, wir müssen das hin und her geben. Ja. Weil unsere Funksprecke zusammengebrochen ist. Ja. Aber mit dem geht es. Also wer spricht, muss das Ding vor sich halten. Ja. Redestab. Nennt man das heute. Ja. Ja, Bernd, ich würde gerne erstmal allgemein einsteigen zu dem Thema Lernen und Lernkultur. Es beschäftigt dich ja schon eine ganze Dekade, stimmt nicht, drei, vier Dekaden muss man fast sagen. Vier mindestens. Mal ganz allgemein gesprochen, was hängt überhaupt an dem Thema dran, warum Lernen, warum Lernkultur in Organisationen, was ist mal so ganz allgemein betrachtet auf die Frage, das, was die Organisation da eigentlich interessieren sollte oder interessieren wird und zukünftig noch stärker interessieren wird. Also ich komme ja aus der Hochschuldidaktik. Ich habe promoviert über gruppendynamische Übungen als Anregung für Interaktion im Lernbetrieb vor über 40 Jahren. Damals wurden an der Universität Mannheim Massenvorlesungen mithilfe von VW-Stiftungsgeldern in Kleingruppen aufgeteilt. Und siehe da, in den Kleingruppen passierte das Gleiche wie in der Massenvorlesung. Die Veränderung der Gruppengröße hat zunächst Gewohnheiten, Reflexe aller Beteiligten überhaupt nicht verändert. Das hat mich erstaunt, weil ich das anders erwartet hätte als junger Student. Und wir haben damals uns dran gemacht, einerseits das Lehrmaterial aufzubereiten, also in Frageform umzuformulieren. Und haben gemerkt, das reicht auch nicht, dass die Leute Fragen, Verhalten zeigen. Und dann, damals gab es gruppendynamische Übungen, das waren so die ersten Ausläufer dieser ganzen humanistischen Psychologie-Methoden. Deswegen haben wir in den Gruppen erst Kooperation und Kommunikationsübungen untereinander gemacht, nicht am Fach orientiert, als Vorläufer, um andere Verhaltensreflexe zu aktivieren in den Gruppen. Und geguckt, ob das nachfolgend hilft, dass die Bezogene auf die Inhaltsarbeit, die in den Lehrveranstaltungen anstand, dann auch andere Verhaltensweisen und andere interaktive Lerndialoge entwickeln können. Und meine empirische Arbeit hat damals gezeigt, dass das anregende Wirkung hat. Das waren erste Ausläufer zu versuchen, eine lehrstofforientierte Arbeit, also eine ergebensorientierte, nicht psychoorientierte Arbeit mit der Beeinflussung von gemeinsamer Lernkultur zu verbinden. Ich hätte das damals nicht so genannt. Und ich hätte damals vor allen Dingen nicht gedacht, dass uns diese Grundfrage 40 Jahre später noch genauso beschäftigen wird. Und jetzt kann man sagen, dass ich war dann zwischenrein Psychotherapeut, Lehrtherapeut, habe Therapeuten, Sozialarbeit und alles Mögliche ausgebildet. Und irgendwann ist mir diese Verengung auf Psycho und Ergriffenheit und ganz persönliches Lernen zu eng geworden. Und wir sind nach und nach dann rübergewechselt wieder mit dem Institut Menschen aus dem Organisationsfeld, aus dem Gesellschaftsfeld einzuladen und auszuprobieren, wie kann man so gemeinsam lernen, dass nicht nur die Person zu sich findet und sich mit ihrem Stil auseinandersetzt und die persönliche Selbststeuerung verbessert, sondern was kann man dazu tun, dass sich das auch in der Inhaltsarbeit, wofür die in ihren Feldern, aus denen sie kommen, da sind, auch wirklich Fortschritte machen. Da würde ich nachher an dem Beispiel erzählen, wie komplex es ist. Die Schwierigkeit ist die, vielleicht wenn ich mal ganz allgemein noch was sagen darf, Was wir normalerweise total unterschätzen, ist die reflexhafte Kulturgewohnheitsverwaltung, die wir alle zusammen haben. Jeder von uns, das weiß jeder für sich, hat eine ganze Menge von Gewohnheiten entwickelt und weiß gar nicht, dass er sie entwickelt hat und weiß gar nicht, wie er sie in sich aktiviert. Also zum Beispiel, ob ich abends mir noch ein Bier hole oder nicht, hat was damit zu tun, ob ich nochmal ins Erdgeschoss gehe oder nicht. Wenn meine Frau eher darauf achtet, dass ich nicht nochmal ins Erdgeschoss gehe, dann trinke ich auch kein Bier mehr an dem Abend. Und so haben wir ganz viele jeder Kreisläufe in sich, in denen wir Gewohnheiten, gute wie schlechte, aktivieren und am Leben halten, wie auch in der Interaktion. Und deswegen ist es kein Wunder, dass es so schwer ist, Verhaltensweisen zu verändern, insbesondere gemeinschaftliche Verhaltensweise am Arbeitsplatz, durch jemanden, der frisch aus dem Seminar kommt. Da ist derartig viel, ohne dass die Menschen das eigentlich richtig im Bewusstsein haben, Gegenläufiges sich wieder einladen in die alten Gewohnheiten. Da hat keiner bösen Willen, da will keiner übermäßig konservativ sein. Wir tun das einfach auch. Und deswegen ist es eine Riesenherausforderung zu überlegen, was muss alles zusammenkommen, um aus der persönlichen Neubelebung, die man durch viele Bildungsmaßnahmen ja kriegt, vor Ort auch eine Chance hat, die Kultur an der Homebase zu beeinflussen. Und das ist die Grundfrage, mit der wir uns beschäftigen und von der her denkend wir auch versuchen, unsere Didaktik zu entwickeln. Wir haben ja am ISB immer auch gesagt, Ideen sind ja viele da. Ja, auch wir haben viel entwickelt. Wenn du jetzt nochmal auf deine Erfahrung schaust in den letzten vielen Jahren, was ist da die größte Herausforderung in der Umsetzung? Wir haben ja immer gesagt, es gibt eigentlich einen Umsetzungsbedarf, ein Umsetzungsproblem. Wo tut sich die Unternehmen dahingehend am schwersten? Ein bisschen was hast du davon schon angerissen, aber mehr noch auf der Personenebene. Was wäre das jetzt noch stärker in die Organisation hineingedacht? Also das kennen ja alle, die in Organisationen arbeiten. Man hat selbst entweder gute Ideen oder man kommt angeregt von Tagen wie gestern, Tag der Impulse und dann auch mit begeisterten, sehr groß angelegten Ideen zurück. Und die anderen sind so beschäftigt damit, die Komplexität in den einigermaßen geregelten Abläufen aufrechtzuerhalten, dass sie erstmal verständlicherweise nicht sehr viel Interessen haben, das aufzunehmen. Und selbst wenn sie das Interesse hätten, ist die Ausstattung dessen, der zurückkommt, aus ein paar guten Ideen, da jetzt eine gemeinsame Arbeitsform zu machen, die auch noch irgendwie ökonomisch bewältbar ist und die auch noch von anderen verstanden wird und in der Organisation getragen wird, die ist einfach sehr schwierig. Also es ist eine enorme Überzeugungsarbeit, die man leisten muss. Und das Problem ist, dass wir auf solchen Kongressen wie hier den Modus beigebracht kriegen, Überzeuge durch Begeisterung und durch große Ideen. Und das führt dazu, dass wir die Leute, die da nicht waren und die eh schon angenervt sind von diesem Begeisterungstarmel, der wieder auf sie zukommt, dann sagen, ja, aber in der Realität ist doch alles ganz anders. Was einerseits richtig ist, andererseits aber auch natürlich ein Hemmschuh für den gemeinschaftlichen Versuch, davon was in die eigene Kultur zu übernehmen. Deswegen überlegen wir uns, und da wird heute noch viel Rede davon sein, wie müssen wir eigentlich die Menschen anregen zu lernen und wie müssen wir sie ausstatten und was muss alles zusammenkommen auf den ganz verschiedenen Gestaltungsebenen, auf denen eine Organisation gesteuert wird, damit es eine Chance gibt, wenigstens kleine Brötchen in Sachen neuer Lernverhaltensweisen, gemeinschaftlicher Lernverhaltensweisen, die auch noch getragen wird vom Zweck der Organisation. Also wenn man das Gefühl hat, da kommt auch was für bei raus, für das, wofür die Organisation da ist, das zu aktivieren. Und das ist ein komplexes Geschäft, das ist ein ziemlich dickes Brett, wie ich in dem Paper geschrieben habe. Und wir sind bei weitem nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, wir haben dafür ein Patentrezept. Was wir hauptsächlich tun, insofern bin ich ein Guru, bin ich ein, hallo, insofern bin ich ein Guru, nicht weil ich jetzt hier mit dem Heiligenschein rumlaufen will, mir hat eine indische Kollegin mal gesagt, ein Guru ist ein Remover of Ignorance. Das heißt, wir sind oft auch in begeisternde Weise ignorant gegenüber dem, was alles zusammenkommen muss, das in Organisation und Kultur sich verändert. Wir unterschätzen total diese Aufgabe. Und insofern tragen wir ein, nichts dazu bei, sozusagen aufgeblähte Teillösungen und Teilperspektiven wieder ins richtige Maß zu bringen und sie mit den anderen notwendigen Gestaltungsgesichtspunkten zusammenzubringen, dass zusammen die Chance besteht, dass ein kleiner Fortschritt erzielt werden kann. Wir haben ja in unseren Weiterbildungen sozusagen die Rolle, dass wir auf unserer Lerninsel die Themen von draußen aus den anderen Welten mit reinholen und dann beispielhaft auch in unseren Curricula daran arbeiten und die Menschen so weit ausstatten, dass sie wieder zurück in ihre Organisation gehen können. Das hatten wir gerade schon angesprochen. Wir hatten aber auch das Glück, immer wieder mal wirklich gelungene Projekte begleiten zu dürfen. Und da ist uns jetzt ja in der Vorbereitung ein ganz schönes Beispiel eingefallen und aufgefallen, glaube ich, woran sich einiges zeigen lässt von dem, was du jetzt eher schon in so ein bisschen programmatischen Art und Weise dargestellt hast. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir da einfach nochmal reingucken, immer mit der Idee, was ist da beispielhaft ableitbar auch an Prinzipien. Ja, und auch die Entwicklung. Mir fallen die Sachen immer unter der Dusche ein. Heute Morgen ist es mir wieder eingefallen, dass ich eigentlich gern von meinem Kollegen Anandan Gieson aus Chennai in Indien erzählen möchte, mit dem ich in den letzten Jahren gemeinsam einen Entwicklungsprozess gemacht habe. Das erzähle ich jetzt ein bisschen, aber wie ich so drüber nachgedacht habe, das hat eigentlich alle Aspekte der Entwicklungsrichtung, in die wir schon ein Stück gegangen sind und für die weitere Wege zu bahnen sind. Anandan Gieson war ein Ex-Unternehmer, der ins psychologische Fach gewechselt hatte, der dann Psychotherapie studiert hat, also Transaktionsanalyse und bereits als internationaler Lehrer für Transaktionsanalyse erfolgreich war. Weil er Ex-Unternehmer war und eigentlich der unternehmerische Bereich ihn interessiert hat, wollte er gern mehr Richtung Organisationsberatung gehen. Und er hat das gemacht, was die meisten im Psychofeld machen. Er hat versucht, irgendwelche Kunden zu gewinnen und hat dort mehr oder weniger Psychoseminare, Kommunikation, Kooperation, Hemmnisse in der Selbststeuerung und so weiter und dann immer mit biografischem Hintergrund und wie man sich befreien kann von diesen Einengungen, die man in der persönlichen Biografie hatte und Konzepte gelehrt in der Hoffnung, da wird jeder, entwickelt sich jeder und das wird irgendwie die Organisation auch entwickeln. Wobei wir da oft sehr unausgegorene, sehr pauschale Vorstellungen davon haben, wie da Transfer eigentlich stattfinden soll. Und er hat gemerkt, das funktioniert nicht und auch die Kunden fanden eigentlich diese Art von Psychoseminarbeglückung nicht besonders interessant. Und dann hat er gesucht, welche neuen Wege gibt es und er hat mich dann kennengelernt in einem Seminar in Oxford, vor vier Jahren war das etwa. Und er hat sofort kapiert, da kommt was Neues rein und das will ich lernen und wir haben die Jahre über über Skype immer uns ausgetauscht und ich habe den persönlichen Mentor für ihn gespielt. Und jetzt würde ich mal ganz sehr vereinfacht seinen Entwicklungsweg und seine heutigen Projekte schildern. Also er hat gerade nach einiger Zeit, in der wir miteinander gesprochen haben, hatte er einen Auftrag aus der Molkerei-Industrie in Chennai gekriegt, weil die gemerkt haben, Molkerei ist dort ziemlich kompliziert, ganz viele kleine Bauern, da muss überall die Milch eingesammelt werden, die muss zu einer Zentrale gefahren werden, die muss schnell genug verarbeitet werden, da muss alles Hand in Hand gehen, weil sonst schlicht unterwegs Milch verdirbt. Also wenn das nicht Hand in Hand geht, kostet es. Und dieser Unternehmer hat von ihm gehört und gesagt, kannst du uns denn nicht helfen, dass wir weniger Milch verschwenden. Und er hatte dort schon angefangen mit, ja das ist ein Kommunikationsproblem. Die Leute sind zu Konkurrenz, die haben Haltungen, die schwierig sind. Man muss ihn in Seminaren, sie mit diesem Thema befassen. Dann hat er Kooperation gemacht, wann merke ich, ob der andere wirklich verstanden hat oder nicht. Also all das, was man mit Transaktionsanalyse machen kann, eher im Sinne von Lehren, im Sinne von Üben, auch so ein bisschen was im Sinne von Supervisionsorientiertem Lernen und gehofft, das wird dann schon. Da kamen, das wurde dort erstmal ganz allgemein ausgeschrieben, wer hat Interesse an sowas? Und dann kamen Leute ganz verstreut, mal jemand aus der Abteilung, jemand, der sich für Psycho interessiert hat, jemand, der gedacht hat, das wäre eh interessant, einfach mal was anderes zu erleben, um aus dem Alltag rauszukommen. Und diese Leute sind nach solchen Seminaren zurückgegangen in ihre Abteilung und es hat sich nichts geändert. Und dann haben wir in den Gesprächen herausgearbeitet, dass er erstens mal diese ganze, die Psychoorientierung lassen soll und zweitens, dass er den Modus des Lehrens Lehrens in der Hoffnung auf Transfer lassen soll und dass er dafür sorgen soll, dass nicht die Einzelleute von verschiedenen Abteilungen kommen, sondern dass er mit den Betroffenen im Zusammenspiel direkt arbeitet. Und daraus ist dann geworden, im Laufe der Jahre, das, was er jetzt Inner and Interdepartmental Work nennt. und er hat schlicht den Leuten gesagt, der hat sich von den Geschäftsführern Abteilungen nennen lassen, deren Zusammenspiel besonders schlecht klappt, hat mit den Abteilungsleitern zusammen Sessions gemacht, lass uns doch gemeinsam eine Dialogkultur im Unternehmen entwickeln, in der wir Betroffenen mal überlegen können, wie läuft es eigentlich, wie sehen wir das, wollen wir das verbessern, nützt das jemandem was und was müssen wir dafür tun. Und er hat dann angefangen, mit denen zusammenzuentwickeln, was man zum Beispiel machen muss, dass die Leute in der Abteilung miteinander reden, wo erlebe ich Zusammenarbeit in der Abteilung und außerhalb der Abteilung als gut, wo erlebe ich sie als schwierig, was ist die Schwierigkeit aus meiner Sicht, wer sind die Menschen, mit denen ich reden muss, weil die für mich wichtig sind, für meine Selbststeuerung und meine Kooperation und hat dafür Lernsettings angeboten, also solche, wie wir heute da mal machen, die Fishbowl, hat ihnen Konzepte gegeben, dass sie strukturiert darüber reden kann, wie zum Beispiel unser Verantwortungsmodell, also wenn was schief läuft, dann kann man das versuchen zu übersetzen in nicht gelöste Fragen, für die es keine angemessenen Antworten gibt, die dann zu Unbehagen führen. Jetzt kann man überlegen, okay, welche Verantwortung heißt, welche Fragen stellen sich an der Stelle, welche Antworten stelle ich mir vor und wen brauche ich, um diese Antworten zu geben und dann hat noch jeder seine eigenen Vorstellungen davon, also müssen wir uns untereinander verständigen, ob wir überhaupt ein gemeinsames oder zumindest anschlussfähiges Verständnis von solchen Verantwortungen haben und hat dann dafür das aber nur kurz erläutert, also können, sollen, müssen, dürfen antworten. Und manche Leute versuchen immer mehr Können zu entwickeln, sind aber eigentlich gar nicht wirklich interessiert, das zu machen. Oder sie wollen es, aber sie dürfen es gar nicht. Das heißt, sie versuchen manchmal, ihre Verantwortungsfähigkeit zu verbessern in einer Dimension, die gar nicht der Engpass ist. Das ist eines von unseren vielen Inhaltsschemata, das ganz einfach ist und mit denen die Leute unabhängig von ihrer akademischen Vorbildung sofort miteinander reden können. Ich würde es nochmal gerne auf das Thema Lernkultur beziehen, das ist ja unser Thema heute. Er hat es ja genannt, Organisationsentwicklung durch die Etablierung einer gemeinsamen Lernkultur, sinngemäß. Würdest du das nochmal ein bisschen rausholen aus dem Thema, also was genau jetzt da die Lernkulturprogrammatik war bei ihm? Ja, da bin ich gerade bei mir noch. Für warm zu laufen. Der hat das gar nicht Lernkultur genannt, sondern der hat eigentlich Klärung von Zusammenarbeitsfragen das genannt, innerhalb der Abteilungen und zwischen den Abteilungen. Und deswegen, und Zusammenarbeit finden alle irgendwie besser, deswegen gab es da kein großes Thema, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und dadurch, dass er an der Stelle schon auch aus der Psychologie erwachsene Konzepte kurz eingeführt hat, hat er ihnen geholfen, selbst Inhaltskonzepte zu haben, mit denen sie miteinander nochmal viele Fragen, die sie selbst betreffen, selbst gesteuert beantworten können und hat ihnen aber auch Arbeitsformen dazu gegeben. Also Designblätter, dass nicht alle Anliegen kunterbunt durcheinander reinkommen und am Ende man nicht mehr richtig weiß, worüber man spricht, dann eine Gruppendynamik entsteht und man nur noch mit dieser Gruppendynamik beschäftigt ist und gar nicht mit den Ausgangsfragen, mit denen die Leute reingekommen sind, sondern zum Beispiel ein Setting, dass einen Anliegensbringer in das Zentrum stellt, bis der die relevanten anderen, die er braucht, reingeholt hat, sich überhaupt überlegt, wen brauche ich dazu, in welcher Rolle, was ist eigentlich deren Verständnis, habe ich eine Idee davon, was deren Verständnis ist, wenn nicht, finden wir eine Arbeits-, eine Dialogform, um darüber zu reden, so lange, bis er das Gefühl hatte, ich habe jetzt für mein Verantwortungssystem besseres Verständnis, wie die anderen ticken, die da an dem Punkt mitspielen müssen und die verstehen, wie ich ticke, dass wir zusammenspielen und die Art und Weise, wie wir darüber geredet haben, ist ein Prototyp darüber, wie wir auch schnell mal ein Problem klären, wenn es im Alltag auftaucht. Das heißt, die Methodik, die Arbeitsfiktur, Figuren, das sind Teil unserer Lernkulturkonzepte, ist so, dass sie, ohne dass die Leute sagen, okay, bleiben wir mit Psycho vom Hals, im Alltag selbstverständlich damit umgehen, weil sie das als verträglich mit ihren Gewohnheiten und ihren Bedürfnissen erwarten. Und es wird jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen zu kompliziert, er hat es dann nicht nur innerhalb der Abteilung gemacht, sondern auch mit den Schnittstellen zwischen den Abteilungen. Wer arbeitet mit wem zusammen? Und zum Teil haben die dann zum Beispiel auch die Rollen getauscht für eine Zeit. Also hat mehr darüber nachgedacht, wie muss ich denen helfen, ihre eigenen Strukturen zu entwickeln, in denen mit diesen wenigen einfachen kollegialen Verständigungsmethoden eigentlich eine kollegiale Lernkultur zustande kommt, eine Kooperationskultur. Und das hat, diese Diskussion über Widerstände, das erzeugt keine Widerstände, weil die Leute eh annehmen, genau darüber müssten wir reden, eher oft unbeholfen sind, wie sie es eigentlich wirklich machen können und keine Gewohnheiten entstanden sind, dass sie es machen. Ich möchte gerne auf den organisationsentwicklerischen Aspekt dann nochmal eingehen. dann ist ziemlich schnell, oder kann ich das Beispiel fertig erzählen, oder ist das nämlich zwischenrein? Also es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Führungskräfte gesagt haben, das ist eigentlich toll, weil so können wir unsere Führung wahrnehmen, indem wir dafür sorgen, dass solche Gespräche auch stattfinden und indem wir lernen, wie man als Regisseur sicherstellt, dass solche Gespräche auch funktionieren. Das heißt, die fingen an, in ihrem Führungsverständnis ein Lernregisseur Verständnis mit aufzunehmen. Und das ist etwas, wofür ich plädiere, wir brauchen in allen Funktionen in der Organisation immer eigentlich die Zwillingsfunktion des Lernens und des Lernregisseurs. Das heißt, weil alle komplexen Herausforderungen der Rollen in Organisation heute eigentlich mit ständigen Lernprozessen verbunden ist. Also muss eigentlich jeder auch fokussiert auf seine Rollen, seine Verantwortung auch sich für Lernen der Beteiligten zuständig führen. Da fällt dann vieles drunter, was heute E-Unterführung drunter fällt. Das ist jetzt nicht, dass damit das Rad neu erfunden wird, aber dass sich die Menschen dafür zuständig fühlen, das ist bisher völlig ungewohnt. Und dann geht es weiter. Die haben nämlich dann in kürzester Zeit enorm viel verdorbene Milch eingespart, was den Unternehmer überzeugt hat, weil es wirklich Profit gebracht hat. Und sofort hat er gesagt, die haben zwölf Werke in Indien, das ist ein ziemlich großer Konzern, könnt ihr nicht da und da und da und da überall eure Leute schicken, gleich eine ganze Armee, die das überall machen, weil hat es Donnerzeichen in den Augen gesehen, dadurch natürlich der Profit sich multipliziert. Und sofort ist die Frage entstanden, erstens der Anbieter kann so einen großen Apparat gar nicht in der und zweitens es wäre gar nicht sinnvoll, sondern die Systeme müssen lernen, das Lernen selbst in ihren Sphären zu multiplizieren, das heißt, er hat erstens gesagt, wir bleiben erstmal in einer Fabrik und multiplizieren das und lernen, wie wir rollenmäßig zusammenspielen müssen, dass die Leute das selbst im Unternehmen an andere weitergeben können. Das heißt, einige von diesen Führungskräften oder von den Mitarbeitern und SAP hat ein ähnliches Konzept bezogen auf Coaching, die das besonders gut fanden, die haben gesagt, ich möchte über mein besseres Funktionieren in meiner klassischen Rolle hinaus auch noch Lernfacilitator werden. Und SAP gibt es ja die Möglichkeit, dass Leute mit einer Coaching-Ausbildung 10% ihrer Tätigkeit im Unternehmen als Coach auftreten können. Und dort wurde es dann auch so gemacht, dass die Leute zu 10% ihrer Tätigkeit in anderen Abteilungen dann als Lernfacilitator diese Logik, das ganze System im Unternehmen weitergegeben haben, was auch den großen Vorteil hatte, dass da nicht ein Psycho von außen reinkam, sondern ein Kollege von einer anderen Abteilung, dem hat man das ganz anders geglaubt, dass das funktioniert. Jetzt haben wir eine Frage, ich würde dann aber, glaube ich, so langsam auch ein bisschen den Bogen schließen, oder wie ist dein Eindruck? Weil ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihnen jetzt schon ganz viel losgedriggert ist und wir können da auch eine zweite Session nochmal machen. Vielleicht nehmen wir die Frage mal auf. Ganz kurz die Frage zur Zeitschiene, also ungefähr, wie war denn die Zeitschiene von dem Zeitpunkt an, dass Sie eben das dort beschlossen haben zu tun und dann, dass Ihr Kollege gesehen hat, ah, es funktioniert. Also würde ich mal so sagen, die erste Experimentierphase war ein Jahr etwa, bei denen dann die Betroffenen einfach gemerkt haben, wir können unsere Arbeit besser tun und es geht uns besser. Und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis daraus mehr und mehr ein Programm geworden ist und nicht nur ein interessantes Erlebnis in einer Ecke der Abteilung und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis der einander anfing zu überlegen, ja und wie muss unsere Anbieterorganisation sich eigentlich aufstellen, welche Rollen, welche Art von Dienstleistung, welche Aufbereitung von Materialien und so weiter müssen wir eigentlich bereitstellen, um als Supporter für solche Systeme zu wirken. Welche anderen Kollegen können wir in diesem Verständnis Ausbildung und einbeziehen und das geht auch bis Kundenbetreuungsfunktionen, unternehmerische Funktionen, dass so jemand dann in einem anderen Werk sowohl von der fachlichen Gestaltung wie von der unternehmerischen Gestaltung das selbstständig betreibt. Also die Multiplikationsfähigkeit, die Ausrollfähigkeit solcher Systeme auf der Anbieterseite erfordert nämlich auch eine ganze Menge Entwicklung und es ist gar nicht so einfach Kollegen zu finden, die sich dieser Logik anschließen, weil die alle, diejenigen, die einigermaßen erfolgreich sind, haben ihre Show am Laufen, die wollen in der Regel nichts ändern, solange die alte Show läuft und die Neuen sind noch zu jung und brauchen einige Jahre, bis sie entsprechend ausgebildet und reif geworden sind, dass sie in dem Spiel mitspielen können und damit die das nachhaltig tun, muss ich gleichzeitig Erwerbsmöglichkeiten in der Ecke generieren, weil die sonst ja zwar begeistert sind, aber wenn sie damit kein Geld verdienen, ist keine nachhaltige Motivation da, diesen Karriereweg in einem solchen neuen Verständnis auch wirklich zu gehen, also auch da sind ganz viele Dinge, die zusammenwirken müssen, in dem Fall würde ich mal sagen, in Indien war es deswegen einfacher und da will ich doch nochmal geschwind nochmal was zur Emanzipation der Sache sagen, weil die von einem sehr feudalistischen System her kommen, die haben aber, das war unser Glück, auch nicht diese ganzen Psychomoden mitgemacht, die waren auch nicht verbildet, durch diese ganzen OE-Moden, sondern die sind von einem relativ einfachen feudalistischen System gleich in ein solches System übergewechselt, was irgendwie einfacher war, weil man ihnen die ganzen Flausen nicht erst wieder aus dem Kopf nehmen musste, die der Psychobetrieb ihnen dort eingepflanzt hat und trotzdem, es ist ja jetzt erstmal schön, dass da keine Milch verdorben wird, dann würde man sagen, okay, das ist jetzt nur des Profits wegen, das ist aber nicht so. Diese Leute haben sich emanzipiert in dem Prozess, die wurden nicht nur Regisseure ihres eigenen Lernprozesses, sondern die fingen auch an, über Gehaltsforderungen, über Mitbestimmung, über Selbstverantwortung von Arbeitsfeldern und sowas zu reden, also wie über ein trojanisches Pferd, ohne dass es vorher irgendwie propagiert worden wäre, ist eigentlich jede Menge Emanzipation in diesen Betrieb reingekommen, was den Eigner zeitweilig hat stutzen lassen. Weil jetzt haben die plötzlich sehr selbstbewusst auch mitreden wollen. Und das haben nicht alle Führungskräfte, es ist ja oft gern so, dass die obersten Führungskräfte sich an sowas nicht beteiligen und solange sie das Gefühl haben, damit läuft was besser, sie haben weniger Arbeit, ist prima, aber wenn sie dann plötzlich auch herausgefordert werden, ist das schwierig und da gab es einige Supervision Sessions, die ich hatte ihnen zu unterstützen darin, das gegenüber dem Eigner und in dieser oberen Führungsstruktur dann auch entsprechend zu vertreten, ist aber insgesamt gut gelaufen, weil wenn das in einem Jahr weiß nicht wie viel Geld einspart, das überzeugt jeden Unternehmer. Du hast ja das jetzt mehrfach erwähnt, es wird ja daran deutlich, dass es eine deutliche Veränderung der Rollen und auch der Kompetenzen für diese Rollen ist, also Stichworte Personenqualifizierung, aber auch, wie wir das ja immer gern kombiniert denken, Systemqualifizierung. Kannst du das nochmal darstellen? Was da der Kern ist? Ja, also das ist ja ein wichtiger Slogan bei uns, wir sagen, wir müssen systemintelligente Personenqualifizierung mit personensensibler Systemqualifizierung kombinieren. Jetzt haben wir da ja viele Menschen qualifiziert als Individuen, die können auch wenn die woanders sind, sich besser steuern, die haben auch wenn sie woanders sind, Ideen, wie man einen Verantwortungsdialog führen kann, wie man mit Verantwortungsvermeidung besser umgehen kann und und und. Eine Personenqualifizierung, die gleichzeitig, weil sie am Arbeitsplatz oder in der Nähe des Arbeitsplatz innerhalb der Rollen bezogen auf die Aufgaben, die dort zu bewältigen sind, einen Kulturfortschritt bringen, gleichzeitig eine Systemqualifizierung bringen, die gleichzeitig auch eine strukturelle Systementwicklung ist, nämlich dass die zum Beispiel Rollentausch machen innerhalb der Teams oder zwischen den Teams oder dass Menschen aus einem Bereich als Botschafter oder Lernfacilitator in einem anderen Bereich arbeiten, hat ja nicht nur einen Personenqualifizierenden Aspekt, dass die Lernkommunikationsfacilitator zu werden, sondern es führt ja auch dazu, dass Menschen aus verschiedenen Bereichen berufsbezogen und kompetenzentwicklungsbezogen miteinander reden und das verändert nach und nach auch die Kommunikationskultur in der Organisation und es hat von daher einen systemqualifizierenden Effekt, der dann auf eine verträgliche Weise einige Herausforderungen auch für die strukturellen Fragestellungen wie Bezahlung, Mitbestimmung, also auch Gerechtigkeitsfragen, also das dann bisher wurde, wenn ein Bauer dann irgendwelche Schwierigkeiten hat mit der Anlieferung und irgendwelche Konflikte gaben, das wurde dann immer mit Daumen drauf beantwortet und plötzlich sind die untereinander in einer Weise verbunden und haben eine Idee, mit den Chefs kann man auch reden, weil wir reden mit denen ja auch bezogen auf die Umorganisation unserer Arbeit, jetzt müssen wir mit denen auch mal darüber reden, ob so ein Bauer, der das mal nicht leisten kann aus dem einen anderen Grund, wann der dann aus dem System rausgeschmissen wird und ähnliches, also es hat eine Menge systemqualifizierende Effekte und man kann weder die personenqualifizierenden Effekte erreichen, wenn man Leute ganz verstreut zusammenholt zum Lernen und das noch Teilperspektiven orientiert und nicht in der Rolle und nicht auf die Arbeit bezogen, dann haben sie zwar das Gefühl, in dem Seminarkontext neu funktionieren zu können, aber in der Übertragung bleibt es äußerst begrenzt, während wenn die das zusammen lernen, gemeinschaftliches Lernen, dann ist die Wirksamkeitserfahrung sehr viel größer. und ohne diese gemeinsame Wirksamkeitserfahrung ist einfach die Chance, dass es auch nach und nach die Unternehmenskultur und damit auch viele strukturelle Komponenten der Unternehmensentwicklung mit beeinflusst, einfach äußerst gering, weil das überzeugt die Mächtigen einfach nicht, werden so überzeugt das die Mächtigen. Das ist dann gar viele Fragen, die wir uns früher gestellt haben, warum wir nicht gehört werden, die stellen sich, wenn man wirklich überzeugende kleine Versuchskärtchen anlegt und nachher zeigen kann, wie die Früchte sind und nicht sagt, wir haben eine tolle Idee, wir wollen jetzt ohne Glykosfat arbeiten, sonst wissen wir noch nicht weiter, aber das wird die Zukunft sein. Das interessiert die nicht, das ist klar. Ich hätte das Gefühl, es ist ein ganz guter Bogen, erst mal, mit jetzt Ihnen, euch, auch mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt dann vorschlagen, dass wir einfach mal in Ihre Gruppe, in Eure Gruppe reingehen, dass wir uns aufteilen und dass wir so ein bisschen mit der Idee reingehen, was ist bei euch für ein Bild entstanden, was hat die Schilderung ausgelöst, was hat es auch für Fragen ausgelöst, was ist angetriggert worden, also in einer Art von Vertiefung dieser Gedanken kollegial in Eurer Gruppe. Jetzt kennt ihr euch ja wahrscheinlich auch noch nicht, deswegen gerne noch einen kleinen Vorspann, dass wenn ihr in die Reflexion einsteigt, dass ihr euch kurz vorstellt, dass ihr ein bisschen was sagt, was ist eurer Hintergrund, damit auch in der Gruppe dieses Warmwerden untereinander dann stattfindet, das haben wir jetzt hier im Plenum noch nicht gemacht. Also gerne vielleicht 40 Minuten hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, also wenn man noch ein bisschen dieses Warmwerden untereinander mit einbezieht und dann so eine halbe Stunde an diesem Thema mal weiterdenken. Also was sind so Eindrücke, die bei euch entstanden sind, was hat es ausgelöst, was hat es angetriggert und welche Fragen gibt es dazu nochmal, die wir dann danach hier im Plenum gemeinsam nochmal zusammenholen können. Wir sind jetzt knapp 20, machen wir vielleicht drei Gruppen, also Fünfer, Sechsergruppen. Ja, können wir auch vier Gruppen machen. Ihr habt hier, würde ich mal sagen, zwei Gruppen haben die hier die Möglichkeit und draußen gibt es ja auch auf den Gängen oder unten, ihr könnt euch gerne verteilen. Genau, das ist ja sehr beweglich hier mit diesen Rollstühlen. Und dann treffen wir uns hier wieder um halb zwölf. Ja? Halb zwölf wieder hier und dann machen wir einfach nochmal eine Folgesession, vielleicht in einer kleinen Fischbollrunde, wo wir das nochmal mit einsammeln, was bei euch entstanden ist. Ja, stimmt, das sollten wir machen. Ja, dann machen wir um halb zwölf eine Pause, eine Viertelstunde und treffen uns um Viertel vor zwölf dann wieder gemeinsam hier. Okay? Ihr kommt gepaust, dann Viertel vor zwölf Jahr. Guckt euch, sortiert euch mit den Kollegen. Vielen Dank.